Hallo, 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 der Meroi mit Let's Play Level 2 Level. Man kennt das Prinzip Ictus 1008. Wir legen los, wir schauen rein und ich sehe... Super Mero World! Da hat sich soweit nichts geändert. Nope. Das heißt, wir legen hier an dieser Stelle einfach los. Hui! Willkommen in meinem allerersten Hack. Bin für jede Kritik offen und hoffe, du hast viel Spaß. Was ist der Klischee-Satz? Was ist der Klischee-Satz? Oh nein, das ist der Klischee-Satz. Ach, warum? Ictus, tu mir das nicht an. Ictus, warum tust du das? Was ist hier los? Hey, ich bin leider nicht zu Hause. Kannst du bitte auf meinen Sohn aufpassen? Sekunde. Sekunde. Wuhu! Hurra! Vielen Dank, dass du mich gerettet hast. Bringst du mich zu meinem Daddy? Und das sagt jetzt... Ja, okay, die zweite Nachricht hat er nicht bearbeitet. Die mit Yoshi. Rechtes Level, Yoshis Islands. Oh Gott, was ist mit den Farben passiert? Denk dran... Bringt Yoshi Kid zu seinem Daddy. Findest du alle Yoshi-Coins in dem Verstecken? Kata, was machst du da mit meinem Stuhl? Ich habe das Gefühl, das ist nicht das Level. Ich habe das Gefühl, wir wollen nur das rechte Level gehen. So. Also, Yoshi, Yoshi zu seinem Vater bringen. Und so. Da ist ein Extra-Leben. Ein echt relevantes Extra-Leben. Lassen wir uns mal holen. Und dann kann man Yoshi hier das erste Mal benutzen, um da hochzukommen. Irgendwie. Moment. Wo ist eigentlich meine Musik hin? Oh nein, mein... Was? Noch ein Yoshi? Was ist denn hier passiert? Ich habe das Gefühl, irgendwas ist hier nicht so ganz durchdacht. Also, man soll hier wahrscheinlich eigentlich den Yoshi nicht mitnehmen. Sondern sich erst da oben irgendwie... Wo ist meine Musik hin? Das ist halt schon mal nicht cool. Und mit nicht cool meine ich echt ziemlich bescheiden. Dich. Das ist halt echt uncool. Wo ist das hin? Wo ist mein... Es gab Musik die ersten Sekunden. War das nicht irgendwie ein Siegesgeräusch oder so irgendwo? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich habe das Geräusch auf jeden Fall schon mal... Nein, Sumo-Typ. Aber wo ist die Musik hin? Rip. Rip Musik. Und was haben wir hier? Ein Sprungbrett? Also, ich habe echt das Gefühl, den Yoshi sollte ich noch gar nicht haben. Ich habe das Gefühl, er hat nicht bedacht, dass man... Dass man den Yoshi auch schon mit den Bären füttern kann. Und wenn er das nicht bedacht hat, dann war das ein Fehler. Ein großer Fehler. Ein richtig großer... Oh. Kritischer Fehler. Yoshi! Nein, bleib hier, Yoshi! So. Wie kommen wir da jetzt wieder hoch? Und an dem... Ah, so kommen wir... So kommen wir da problemlos vorbei. So. Ah! Nein! Yoshi! Zumindest gibt es für die Quälerei hier keinen Timer. Das ist schon mal was... Ugh. Minimal Positives. Hilfe. Nein! Oh! Oh! Kommen wir jetzt... Wow. Bitte voran. Hier kann ich das Sprung weit gleich nutzen. Und hier halt auch. Was? Wird ein wenig verwirrt. Aha. Da hoch. Nein. Yoshi! Yoshi! Bleib bei mir! Nein, komm. Wir machen so. Das ist dumm. Geh. Geh, Monty. Danke. Danke. Oh, es ist eine Quälerei. Also, mehr war hier oben nicht. Okay. 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 So. Ich bleibe immer noch dabei. Ich habe das Gefühl. Wow. 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 Prioritäten setzen. Komm. Wo ist Yoshi? Da ist Yoshi. Yes. Wow. Ist das gerade schlecht. Ich töte jetzt erstmal hier den Poké. Nom 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 nom. So. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß noch nicht so wirklich, was ich groß mit diesem Hack anfangen soll. So negativ das jetzt klingt. Aber allein schon der Fakt, dass die Musik fehlt, ist immer noch ein ziemlich... Ja, es überzeugt mich jetzt halt nicht ganz so dadurch. Hilfe. Hilfe. Okay. Ups. Nein, das habe ich nicht bedacht. Ist das blöd. Ist das blöde. Ist das blöde. Na, Yoshi. God dang it. Komm mit. So. Ich weiß halt auch andersrum nicht. Nein, ob ich Yoshi überhaupt brauche. Ja, ich brauche Yoshi. Wahrscheinlich. Bestimmt noch für irgendwas. So. Raus damit. Äh, wieder rein damit. Raus damit. Rein damit. Raus damit. Und. Das. So. Was? Ist das irgendwie eine Absicherung? Ich habe das Gefühl, das ist eine Absicherung, falls man hier runterfällt. Was? Das ergibt alles keinen Sinn. Das ergibt so überhaupt keinen Sinn. So überhaupt nicht. Was? Da ist jetzt auch nur eine Münze drin. Ja. Nein. Oh, Yoshi. Wie oft will das? Dumme Yoshi-Fieh eigentlich noch. Nein. Weg. Reset-Röhre bitte nur betreten, wenn du Yoshi verloren hast. Moment. 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 Hihihihi. Hihihihi. Oh, so hardcore. Okay. Genug davon. Was ist denn eigentlich hier oben? Noch ein Mond. Boah. Nein. Was? Musik. Also, wie gesagt, dieser Musikmangel war jetzt echt so ein bisschen... Boah. Das ganze Level an sich war auch leider eher so ein bisschen... Ich weiß es nicht. Ist halt irgendwie... Ich kann es gerade schlecht zusammenfassen. Es ist halt... Jetzt Gameplay-mäßig echt nicht das meiste passiert. Moment. Moment. Mir ist gerade eine Idee gekommen. Mir ist etwas aufgefallen. Das war Absicht von ihm. So, also jetzt kann ich hier halt in der Theorie... ...mit Yoshi durch. Boah. Das ist mir gerade so spontan aufgefallen. Tak, 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 tak. Roms, Bombs, alles mitnehmen. Da oben hätte ich noch Leben grinden können, wenn ich die... ...die Geduld gehabt hätte. Da, äh... ...das noch mitzunehmen. Ja, habe ich voll den Bonus hier gefunden noch, ne? Sehr schön. Ja, aber das Level an sich... Ich weiß... Ich weiß... Ich kann nicht mal wirklich zusammenfassen, was fehlt. Kommentare. Bitte helft mir. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. So, zweites Level. Treffi Law. Treffi Law schrieb... Ähm... Dass er keine Safestates will. Aber wie ihr mich kennt, heißt es, dass ich zumindest einen am Anfang setzen werde. Hallo, Emerik. Danke für das Spielen dieses Levels. Safestates sind nicht nötig. Dies ist mein erstes Level. Möchte mich dazu nicht weiter äußern. Irgendwie... Irgendwie nicht. Hallo, sorry, I'm okay. Mond... Z... Z... Bl... Bl... Blastu. Mondzähler Überlastung sollte es wohl heißen. Ja, gut. Ignorieren wir. Nutze es weise. Ich werde es sehr weise nutzen. So, hier ist mein Safe State. Huch, da ist nichts drin. Bitte was? Die Manscher sind langsam in die Höhlen abgewandert. Sei froh und viel Spaß noch bei dem Level. Was? Nein. 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 Ähm. Hilf mir mal. Ach, da ist auch noch eine Münze drin. Mann. Ist da was drin. Nope. Doch. What the fuck? What? 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 Das ist... Wii U. Das ist... Das ist absolut Wii U. Was geht hier vor sich? Verschwinde. So. Um an diesen Mond zu kommen, nutze ein Koopa-Panzer... Eine Koopa-Panzer, lass ihn los und... Und, und springe schnell von ihm ab. Und die Pflanze ist so tief drin, in dieser Röhre, dass man da nicht dran kommt. Und, äh... Ah, ja, ein Koopa-Jump. Kein Interesse gerade. Muss ich ganz ehrlich sein. Ähm. Nein, 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 nein. Ähm. Hat keiner gesehen. Hat keiner gesehen, hat keiner gesehen. War der Letzte, der Einzige. Passt so. Entschuldigung. So, du gehst mal bitte weg da. Ich nehme jetzt einfach mal an, dass es hier in den ersten... Den ersten Weg runter nix gab. Ja, da war nix drin. Juhu. So. Was haben wir denn hier? Also, an sich... Bisher... Muss ich halt sagen... Hilfe. Er hat den... Ach, das ist da unten. Ist halt blöd. Er hat denselben Fehler gemacht, wie auch der erste heute. Ähm. Dieses... Dieses... Hey, was... Was geht? Erster Hack. Das... Was machst du da? Spiketop, was tust du? Ah. Wow. 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 Wow, 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 wow. Ähm. Es ist halt so... Ja, guck mal. Mein erstes Level. Und es ist halt leider dann auch wirklich so... Ja, guck mal. Es... Es sieht halt wirklich aus wie... Wie ein Klischee erstes Level. Wie komme ich denn an den Peace-Spitch? Was ist denn mit dem Timer los? Wann habe ich mir denn so viel Zeit gelassen? Was ist denn hier... Boah, was passiert hier? Warum Safestate ich jetzt? Ich... Ich... Das... Zu viel Stress. Yoshi-Coin. Sehr gut. Ähm. Shit. Das kostet Zeit. Das kostet mich viel... Mein Timer ist gleich auf Null. Da war ein Stern drin. Den brauche ich. Nein. Ja. Oh Gott. Oh, fuck. Oh, shit. 39. 37. Da oben ist nur eine Yoshi-Coin. Braucht keinen mehr. Warum Mancha-Runs? Und hier unten bin ich garantiert tot. Ja. Oh. Sorry, aber bei 30 Sekunden Rest-Timer bin ich jetzt halt doch ein wenig unter Stress. Okay, da oben wurde nicht richtig abgeschlossen, was die Decke anging. Und hier ist das Ziel. Ja, es hat doch so gerade eben gepasst, aber ich schaue trotzdem mal, was da drin ist. Noch ein Yoshi-Coin. Scheiß drauf. Ziel. Okay. Ähm. Ja. Weiß es nicht. Ähm. Es war halt irgendwie wie bei dem Ersten. Es war okay, aber irgendwas... Irgendwas fehlt für mich. Ich kann das nicht mal in Worte fassen. Irgendwas einfach... Irgendwas fehlt. Aber das ist... Ich weiß es nicht. Ich weiß... Ich weiß es... Es war halt irgendwie ein wenig eintönig. Ich denke, das trifft es ganz gut zusammen. Eintönig. Das ist es. Ja. Gut. Mit zwei eintönigen Leveln würde ich euch dafür heute damit hier stehen lassen. Ich würde sagen, ich bin der Mero. Das war es heute mit Let's Play Level. Man kann halt nicht jedes Mal Glück haben. Man sieht sich beim nächsten Mal. Bis dahin. Und... Tschö, tschö. Ich bin der Meroert. Und das war es heute. Ich bin der Meroert.